Europa gegen NA. Eine wilde Draft, wie sich von uns hineingedraftet wurde. Im Endeffekt zwei AD-Carries. Rumble auch endlich mal wieder dabei. Ein Tank-Top-Lein. Wirklich einfach spannend zu sehen, was Perks machen wird. Star-Sven ist am Fighten. Aber die Sperre reichen niemals, Rudi. Das ist halt nicht genug. Das ist das große Problem. Blabber immer noch dabei, die Leute ja anzublabben. Und jetzt natürlich... Ja, das passiert ja nicht. Das sieht er. Der Ward ist genau da. Ruhe, Abhut! Aber Abhut war sehr, sehr mutig rein. Abhut! Keine zweite Rotation durch! Oh nein, oh nein, Armut! Armut ist einfach reich an HP, merke ich hier gerade. Absolut kein Problem für ihn. Und Perks, der wird aber gefinisht werden. Der entgeht den flammenden Todes Triple-Kill. Europa größer als NA. NA suckt so hart, ey. Das ist Wahnsinn. Kann man so sein? Grausam. 3-0 Udi. Oh, Ey, Joja, der Rookie des Splits. Crazy stark. Der ist einfach ritzig. Der lacht sich einfach tot, ey. Ja, da hat die Ultime nicht perfekt gesessen. Botlane, aber ein entsprechender Fight. Kann man da den Shutdown bekommen? Kasi kommt erst mal ziemlich weit weg. Den Supporter hat es dort drüber. Blabber! Der ist einfach schon wieder nett. Oh mein Gott. Der ist einfach crazy. Mitlane, mitlane hat der Ult geteilt. Der ist einfach so fastet. Oh, er ist getotet. Er ist getötet. Er ist getötet worden. Mitlane hat einfach Perks und Kibbel gekriegt. Ohne Ult, by the way. Wir wissen es nicht. Es ist zensiert. Wie gesagt, es ist ein europäisch fokussierter Stream hier. Man darf es nicht sehen. Wir zeigen keine Displays von... Wenn ich sie nicht zeige, existieren sie ja basic. Richtig, Augen zu. Sven auf Level 5. Kann niemanden retten und auch nicht wirklich reinspringen. Jetzt sehen wir schon, dass der Einnehmen da drüber kommt. Kaiser kassiert so ein bisschen. Aber Vulcan ist quasi schon nur nochmal gesnipet worden. Ich wollte als Sohn fulltack. Kasi, einfach so gemein. Na, nimmt da einfach den Kill. Ist aber auch derjenige, der ihn braucht. Vor allem guckt euch den Golderschnitt an. Der ist so fett vorne. CS-Even, ja. Aber der Gold ist ja jetzt schon durch das Dach hindurch. Denn wer braucht Minions oder Monster, wenn man Champions töten kann? Er hat halt wirklich mehr Champions gekillt als Grumps. Das ist halt wirklich nicht gut. Der Killer-Pick geht bis jetzt gar nicht auf. Egal, wie sehr er lässt, das auch befürwortet. Dementsprechend wird es schwer, irgendwas zu machen, wenn Jumanoid weiter pushen kann. Jetzt geht er ins direkte 1 gegen 1. Wir sehen wir schon, das Team ist da. Fatsch, Giga, Low. Schöner Ultime-Einsatz von Perks. Kann seine Leute am Nebenhallen. Aber kommt er zu? Und die Antwort ist ja. Einfach einmal kurz komplett reingecharged in den Laden. Die Ultime von Blaber, natürlich gut gemacht. Hat hier die gesamte Lane abgefackelt. Oh, er geht ein, er ist einfach lebensmüde. Aber es ist Perks. Ein Prestige-Kill. Ein Europäer vernichtet einen Europäer. Na, das ist absolut fein. Kennen wir natürlich. Und Blaber, 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 Blaber. Hat ein Flash. Und Humanoid hat kein Leben. Denn, naja, das hat gut funktioniert. Für Cloud9. Muss man dazu sagen. Ja, ihr seht ja schon, das ist ein mentaler Komplettbruch hier an der Stelle. Das war so persönlich von Kasi gerade. Ja, war es auch. Also, da sind ein paar Früchte. Er will einfach Sven Sloan. Das kann man natürlich nachvollziehen. Das Q wird niemals durchgecharged werden. Elioja natürlich immer noch in einem sehr gefeedeten Zustand. Rennt jetzt hier Sven runter. Der hat schon einige Sperre drin. Das könnte vielleicht reichen. Nein, das reicht nicht. Vielleicht nächstes Jahr. Na, ein bisschen schwierig. Elioja darf nochmal davonlaufen mit diesem unfassbaren Feed. Und geshattert für 500 Gold. Und da sehen wir es auch. Ja, my bad guys. What can I do? Ich bin allein. Ich wurde outplayed. Wir haben hier 18. Minute. Das ist der dritte Drache. Das ist definitiv eine solide Zeit. Ziel bei der MSI. Vertraglich festgelegt, wie man hier gemerkt hat. Unter 30 Minuten. Na, die Hallen in Island sind unfassbar teuer. Und deswegen weiß man ganz genau, das muss schnell gehen. Vertraglich festgesetzt. Late Game gibt es hier nicht. Hier wird nicht gescaled. Hier wird gefightet. Na, wir sehen jetzt schon. Fudge ist zur Stelle. Elioja auf der anderen Seite. Kaiser kassiert hier ordentlich. Tankt aber nach wie vor. Ist jetzt gefallen. Perks wird gejagt werden. Kommt aber mit dem Q sehr, sehr gut davon. Was man von Fudge nicht sagen kann. Das ist ein Double Kill. Das ist genau der Fight, den Matt Lines haben wollte. Sie haben ihn bekommen. Baron jetzt vielleicht sogar immer noch eine Option. Flash war nicht optimal. Die Ketten haben nicht gesessen. Und damit natürlich Armut tot. Sven macht das sehr gut. Geht jetzt hier nach vorne. Baron wurde zwar genommen. Kasi dem direkten Eins gegen Eins gegen Zwent. Aber die Raketen im isolierten Stadium. Einfach nur absolut toxisch. Der Killinstinkt. Kein Mana, kein Mana, kein Mana. Oh, kein Mana, Instinkt. Schade natürlich. Hätte ich gerne gesehen. Ja, du fragst, was Cloud9 braucht. Ich glaube, sie brauchen einen Arzt. Es ist einfach wirklich super schwer hier, das Ganze rumzumachen. Wir müssen dazusagen, das war jetzt nicht einfach so der vierte Drache. Es ist einfach die Soul. Und einer der unangenehmsten. Bei der Mountain Zoo wäre es jetzt, glaube ich, Giga vorbei. Dann ploppt quasi der Surrender-Button automatisch auf. Aber bei dem Grün geht es quasi noch. Riot Games fragt dich, willst du dich lieber weffen? Also es wird schwer. Du kriegst doch einen Skin. Den FF-Skin. Das ist ja eigentlich echt nicht schlecht. Bei Lines wird es definitiv ruhig spielen. Wollen nicht sofort fighten. Lieber erst mal rausgehen. Wieso geht er so weit nach vorne? Er ist tot. Er ist entdeckt. Was war das? Meine Güte, du bist ein Europäer. Was tust du da? Ja, einfach nur N-80siert worden an der Stelle. Es tut einfach weh. Deine E-Note droppt, wenn du deine Adresse änderst. Und das ist nun mal der Preis, den du zahlst. Mad Lines fährt hier drüber in MSI-Manier. Noch mal vier Minuten drunter gesetzt. Das ist nicht schlecht. Der Laser ist auch AFK. Na, deshalb überlebt das Kaiser hier an der Stelle. Und das ist natürlich eine dominierende Dominanz einer Domina aus Europa, die einfach gesagt hat, ich mag Löwen, ich knall euch weg. Was für eine Domina aus Europa? Was klingt denn immer? Aber ja, so ein guter Sieg. Seit Minute 33 bei der Skaterköp ist Mad Lines mit dem Game davongesprintet. Auch wenn die Minute, dass Summer Midland runtergerannt hat. Kein Unterschied groß, was das angeht. Mad Lines superdominant. Und Kasi war wirklich stolz auf seiner Leistung sein. So viel Verantwortung auf seinen Schultern mit Vayne, mit Kaiser. Aber er kann es auch tragen und holt damit den Sieg gegen A. Und ich glaube, wir machen damit alle im Chit-Chat. Und auch vor allem uns glücklich, denn wir wollen immer ein A verlieren sehen. Auch wenn der Wanderfunk im Screen Perks natürlich ehemalige das Flaggschiff Europas war. Aber jetzt ist er nicht mehr hier. Dementsprechend, äh, go Mad Lines. Ja, auf der einen Seite Frust, auf der anderen Seite natürlich massive Freude. Aber so ist das, Leute. League of Legends ist ein Spiel der Emotionen. Und ich denke, wir haben heute einen absoluten Banger-Tag gehabt. Und wisst ihr, was das Witzige ist? Jeder Tag wird jetzt so. Jeder einzelne Tag ist jetzt so. Ach so geil. Es ist wirklich sehr, sehr schön. Wir beide verabschieden uns. Aber es wird noch eine wundervolle Analyse geben. Big Service und Anika, die machen das so gut. Gute Lager-Fund. Musst du dich schon abgeben, ja, ne? Ach, ich hab alles richtig gemacht, ne? Vielen, vielen Dank, Maxim. Hast dabei, toi. Was das wichtig? W h. diciendo... Weil du dich so ähnlich mad hier. veut mich ее dannziehen, Wie geht es. Du gehst(?) mit! Das war's für heute.